Ich heiße Islam Hadjeev, bin 22 Jahre alt, komme aus Tschetschenien, ich mache seit sechs Jahren Kickboxen, mein Gegner ist Thai-Boxer und ich werde versuchen gerade den Punt zu machen. Mein Name ist Ferhat Sabas, ich bin 25 Jahre alt, ich bestreite heute meinen dritten Kampf hier bei Defend FC. Mein Gegner soll ein Kickboxer sein, ob er auch Grappling kann, weiß ich nicht. Ich werde mir schauen, wie der Kampf verläuft und dementsprechend werde ich dann meine Strategie aufbauen. schnell dauert mäddisch im Kompetenarten und die Gefangeln wird, bis zum nächsten Mal in der Abonniert sich gerne mit mir, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Also, ich weiß, was zum nächsten Mal. Bis 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 zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Regeln kennt ihr ja, drei Punkte Regeln, es sind drei Punkte im Boden, keine Knie mehr zum Kopf, Ellbogen von 12 zu 6 Uhr sind verboten, in jeder Position, sei es am Boden oder sei es im Stand, alles andere kennt ihr ja, keine Schläge zum Mittelkopf, keine Tiefschläge, am Hals darf man halten, aber nicht zu drücken, ist auch verboten, sonst, Taschgloss, wenn ihr wollt, neue Recken, weiter zurück bis hin, Ist noch ein bisschen fertig? Hört, ist fertig? Und fein! Arm umlass dich da! Erste Akzente setzen!